Kennst du die Durchsage im Kaufhaus? Die Eltern vom kleinen Tim werden gebeten, ihr Kind bei der Information abzuholen. Hast du mal die Augen der Eltern gesehen, wenn sie ihr eigenes Kind im Kaufhaus verlieren und dann wieder finden? Meine Frau und ich haben einmal unseren Sohn am Strand verloren. Wir liefen einige Stunden am Strand auf und ab und waren verzweifelt. Als gegen Abend die meisten Menschen den Strand verlassen hatten, sahen wir plötzlich eine Frau mit unserem Sohn an der Hand. Wir liefen beide los und konnten unser Glück, unseren Sohn wiedergefunden zu haben. Kaum fassen. Ich will eine neue Serie bei den Morgenandachten starten. Angelehnt an die Frage, was würde Jesus tun, stelle ich immer wieder jetzt die Frage, was würde Jesus fragen. Heute will ich mit euch die erste Frage, die Jesus in der Bibel gestellt hat, besprechen. Ich bin gespannt, ob du weißt, was die erste Frage von Jesus ist. Und? Weißt du es? Also nochmal. Bestimmt hat der kleine Jesus oft Fragen an seine Eltern gestellt. Wer Kinder hat, der kennt diese nervigen Kinderfragen. Mama, wann sind wir endlich da? Gleich. Mama, wann ist gleich? Und so weiter. Ich bin manchmal so genervt gewesen, dass ich zu den Kindern gesagt habe, hört auf zu fragen. Wenn du noch einmal fragst, dann dauert das ganz lange. Ich weiß nicht, wie Jesus als Kind war. Leider finden wir dazu nicht viele in der Bibel. Vielleicht hat auch Jesus viele Fragen gestellt. Wir wissen es nicht. Aber die Bibel erzählt, dass seine Eltern ihn auch eines Tages verloren hatten. Und sie haben nicht nur ein paar Stunden gesucht, sondern tagelang. Sie waren als Pilgergruppe unterwegs von Jerusalem nach Hause und weil die Eltern dachten, dass er bei den anderen dabei ist, haben sie ihn aus den Augen verloren. Als ihnen bewusst war, dass Jesus nicht dabei ist, liefen sie zurück nach Jerusalem und haben ihn drei Tage lang verzweifelt gesucht. Endlich finden sie ihn im Tempel. Maria ist völlig erschöpft und entrüstet und fragt Jesus, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Kennst du das Herz einer Mutter? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Übrigens, an dieser Stelle ist zum letzten Mal die Rede von Josef, dem Stiefvater Jesu. Viele Ausleger gehen davon aus, dass Josef bald danach gestorben ist. Denn in den Evangelien wird nur noch Maria erwähnt. Und außerdem, hast du mal in der Bibel gelesen, was Josef gesagt haben soll? Such mal danach. Ich sage es dir. Du findest von Josef in der Bibel kein einziges Wort. Josef wird nirgends wörtlich zitiert. Josef war vermutlich kein Mann der großen Worte, aber ein Mann der Tat. Er gehorchte Gott. Er sorgte für Jesus. Er war besorgt um Jesus. Deshalb haben beide Eltern ihn mit Schmerzen gesucht. Doch die Antwort von Jesus ist seine erste Frage in der Bibel. Jesus fragt nämlich seine Eltern, so lesen wir in Lukas Kapitel 2, Vers 15. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und dann in Vers 50. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Jesus stellt eine Gegenfrage als junger Teenager. Er ist gerade mal zwölf Jahre alt. Jesus ist weder frech noch uneinsichtig. Die Frage zielt auf sein Wesen und seinen Auftrag ab. Er fragt seine Mutter und seinen Vater, warum seid ihr nicht direkt zum Tempel gekommen? Ihr hättet wissen können, dass ich hier bin. So sinngemäß fragt Jesus, habt ihr wirklich gedacht, dass ich auf dem Markt bei den Spielsachen hängen geblieben bin? Ihr wisst doch, dass ich dort bin, wo mein Vater ist. Gott ist überall. Aber Gott hat Israel aufgefordert, einen Tempel zu bauen, damit er sich seinem Volk dort in besonderer Weise zeigen kann. Und deshalb fragt Jesus seine Eltern ganz verwundert, warum sucht ihr mich? Ich bin dort, wo Gott zu Hause ist. Seine Eltern reagieren etwas verstört und verstehe nicht ganz die tiefe Bedeutung dieser Frage. Jesus deutet mit klaren Worten auf seine Beziehung zu Gott hin. Der irdische Vater und die Mutter haben ihn gesucht, aber er ist dort, wo sein himmlischer Vater ist. Jesus ist Gottes Sohn und deshalb ist er in seiner Nähe und Gegenwart. Hier bekennt Jesus sich zum ersten Mal zu seinem Vater im Himmel und dann am Kreuz hängend ruft er erneut, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Hier schließt sich der Kreis. Jesus hat zu seinem Vater im Himmel eine ganz enge Beziehung, eine engere Beziehung als zu der irdischen Familie, weil er aus dem Himmel ist. Jesus ist nicht ein menschlicher Gott, sondern ein göttlicher Mensch. Das ist die Weihnachtsbotschaft, die wir bald verkündigen werden. Was würde Jesus dich heute fragen, wenn du ihn suchen würdest? Juri Gagarin soll gesagt haben, ich war im All und ich habe Gott dort nicht gefunden. Naja, wenn du Gott in der Natur, in der Gesundheit, in deiner Partnerschaft, in deinem Besitz suchst, wirst du Gott dort nicht finden. Menschen glauben, dass sie Gott dort finden können, wo sie ihn suchen. Aber Gott findest du nicht dort, wo du ihn finden möchtest, sondern dort, wo er ist. Ein Mann läuft um die Laterne herum und sucht etwas und ein anderer kommt und fragt, kann ich Ihnen helfen? Er sagt, ja, ich suche meinen Schlüssel. Haben Sie denn hier den Schlüssel hier verloren? Nein, antwortet der Mann. Ich habe ihn da drüben im Wald verloren. Aber warum suchen sie hier? Na, ganz einfach. Dort ist es dunkel. Hier scheint zumindest das Licht. Das muss ein Witz sein. Niemand ist so dumm und sucht den Schlüssel da, wo er nicht verloren hat. Aber wenn du Gott suchst, dann schau dahin, wo Gott ist. Schau in die Bibel. Die Bibel zeigt uns, wo und wer Gott ist. Wenn du Gott suchst, fang an zu beten. Gott wird die Antworten. Wenn du Gott suchst, fang an, ihm nachzufolgen. Er zeigt dir den Weg und er zeigt dir, wo er zu Hause ist. Wenn du Gott suchst, dann diene Gott, denn dann hilft er dir bei dem, was du tust. Hör auf, Gott in dir selbst zu suchen oder in deinem Erfolg. Gott ist auch nicht in dem, was du besitzt oder was du unbedingt erreichen willst. Wenn du ihn suchst, dann such ihn da, wo er ist. Also, was würde Jesus fragen? Warum suchst du mich? Schau mal, Gott spielt mit dir kein Versteckspiel, denn er sagt in seinem Wort, naht euch zu mir, so werde ich mich zu euch nahen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du die Frage ehrlich beantworten kannst.